Willkommen hier bei uns bei BildnerTV. Heute geht es um magische Begriffe, die ihr alle kennt. PDF oder JPG oder DOCX. Das sind so kleine Anhänge immer an Dateien. Was ist das eigentlich? Das sind die sogenannten Dateinamen-Erweiterungen. Was die bedeuten, warum die eigentlich so wichtig sind und wie man da vielleicht Fehler machen kann. All das möchte ich euch jetzt zeigen in diesen Videos mit all unseren Tipps dazu. Hallo, ich bin der Thomas. Ihr seid goldrichtig. Hier ist nämlich BildnerTV und wir sind euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. 22 Buchstaben, ich habe es extra gezählt für euch, hat dieses Wort, um das es heute gehen soll, die Dateinamen-Erweiterungen. Langer Begriff, aber da ist auch einiges drin. Das sind im Grunde, ganz schnell erklärt, nur die Anhänge, die immer an einer Datei dran sind. Also zum Beispiel, ihr macht eine Textdatei, benennt die ganz einfach Angebot und wenn ihr dann mal beim Abspeichern zuschaut oder irgendwo wieder seht, die Datei, ist dann noch ein Punkt und dann heißt es DOCX und es geht heute um diese Anhänge. Also was bedeuten die, warum sind die so wichtig, wo sehen wir sie, warum sehen wir sie manchmal nicht. All das möchte ich euch zeigen und zwar im Windows 11 Explorer. Also da ist es ganz entscheidend, denn da kann man einiges falsch machen, aber keine Angst, mit uns seid ihr auf dem richtigen Weg. Wir schauen uns das gleich mal ganz praktisch an und zwar in unserem Windows 11 Explorer. Also den öffnen wir und hier sehen wir schon, oder wir sind hier in einem beliebigen Ordner, jetzt in unserem Fall bei den Dokumenten, unterschiedlichste Dateien. Da sind es zum Beispiel PowerPoint-Dateien mit dabei, Excel-Dateien, Word-Dateien, PDFs, alles querbeet ist da drin. Ich mache mal für euch die Anzeige größer, damit wir noch was Wichtiges erkennen. Wenn ich hier auf Anzeige gehe im Windows 11 Explorer und zum Beispiel auf große Symbole, dann sehe ich die entsprechenden Symbole zu den Dateien und diese Symbole sagen mir, was ist denn das eigentlich für eine Datei. Hier zum Beispiel eine PowerPoint, dieses Symbol steht eben für PowerPoint-Dateien, das sind Excel-Dateien, hier haben wir Word-Dateien. So, was ich jetzt hier noch hinzuschalten kann in der Ansicht im Windows Explorer ist die sogenannte Dateinamen-Erweiterung und dann sehe ich auch, wie die Datei komplett eigentlich heißt, also wie sie ganz offiziell benannt worden ist oder wie sie abgespeichert worden ist. Dazu gehe ich auf Anzeigen, gehe auf Einblenden, das hat sich etwas geändert unter Windows 11 und sehe dann hier unter Einblenden die Dateinamen-Erweiterungen. Und wenn ich die jetzt aktiviere, einfach einmal draufklicken, dann haben wir folgenden Effekt, dass jetzt zum Beispiel die 06-Gärtnerei den Anhang .pptx hat für PowerPoint. Das heißt, jetzt sehe ich, wie wirklich diese Datei heißt. Jetzt ändern wir hier nochmal die Ansicht und ich zeige euch da auch, wie ihr da einen guten Überblick bekommt. Also wenn ihr bei Anzeigen zum Beispiel auf die Liste geht, dann bekommt ihr wieder alle Dateien wie vorhin angezeigt und eben jetzt mit den entsprechenden Dateinamen-Erweiterungen, also hier zum Beispiel .docx für eine Word-Datei. Ihr könnt auch bei Anzeigen auf die Details gehen, dann wird das Ganze noch erweitert. Dann seht ihr, wann die Datei zum letzten Mal geändert worden ist, die Größe-Datei und hier auch der Dateityp wird hier wieder mit angezeigt. So, jetzt kommen wir aber zu einem Problem, das eben entstehen kann, wenn man die Dateinamen-Erweiterung eben aktiviert hat im Windows Explorer. Wenn ich hier jetzt eine Datei umbenenne, kann es aus Versehen passieren, dass die Dateinamen-Erweiterung verschwindet und dann habe ich ein Problem. Ich sage euch das ganz kurz, hier an diesem Übungstext, ich klicke ja einmal drauf und dann nochmal, dann kann ich ja die Datei umbenennen. Wenn ich jetzt hier diesen Übungstext als Dateiname entferne und zufälligerweise auch noch den Rest, also den Anhang, entferne und hier einen völlig neuen Namen vergebe, wir machen aus dem Übungstext einen Probetext und jetzt hier mit Enter bestätige, dann werde ich zwar von Windows hingewiesen, dass hier der Anhang noch fehlt oder die Dateinamen-Erweiterung eben fehlt. Und wenn ich jetzt sage, möchten Sie trotzdem ändern und gehe ganz einfach auf Ja. So, dann sehen wir folgendes und dazu gehe ich wieder ganz kurz zu den großen Symbolen. Bei unserem Probetext ist das Symbol für eine Word-Datei verschwunden, im Grunde ein neutrales Zeichen. Aber Windows 11 weiß nicht mehr, wohin gehört diese Datei, also wie soll ich mit der umgehen? Mit welcher Software soll ich denn diese Datei öffnen? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel doppelt klicke, dann werde ich erstmal gefragt, ja okay, lieber Thomas, was soll ich eigentlich mit dieser Datei machen? Mit welchem Programm soll ich die öffnen? Und jetzt müsste ich dann Word auswählen. So, das wollen wir aber natürlich nicht, wir wollen nicht jedes Mal die App dazu auswählen, wenn wir eine Datei öffnen. Also was kann ich jetzt wieder tun? Natürlich richtig entweder abspeichern, gehe nochmal auf die Details und auch hier sehen wir bei Probetext, dass hier bei Dateityp nur Datei steht, ansonsten nichts. Kein Microsoft Word mehr wie vorhin. So, jetzt müsste ich wieder hergehen und diese Datei eben richtig benennen. Punkt DOCX. Und dann ist es klar, dass das hier eine Word-Datei ist. Deshalb bitte niemals, wenn ihr die Dateinamen Erweiterung aktiviert habt im Windows Explorer, diesen Anhang, den Punkt und dann die Kennung zur Datei löschen, immer beibehalten. Oder was eben viel sicherer ist, ihr deaktiviert die Dateinamen Erweiterungen und das macht ihr eben über die Anzeige einblenden und hier seht ihr Dateinamen Erweiterungen. Und wenn ich jetzt hier die Endungen von einer Datei entferne oder nicht mehr sehe, kann ich auch problemlos eine Datei umbenennen. Wir machen wieder aus dem Probetext wieder den Übungstext. Kann nichts passieren. Ich ändere hier nur den Namen der Datei und habe die Gefahr besteht überhaupt nicht, dass ich hier die Dateinamen Erweiterung eventuell aus Versehen lösche. Also schon mal ganz wichtig für euch zu wissen, da ein bisschen Acht zu geben. Und mein Tipp an dieser Stelle im Windows 11 Explorer, deaktiviert ganz einfach die Dateinamen Erweiterungen. Denn ihr könnt ja ohnehin zum Beispiel über die Details in der Ansicht oder auch über die Symbole erkennen, um welchen Dateityp es sich denn handelt. Jetzt gibt es aber noch einen großen Vorteil durch die Dateinamen Erweiterung, und zwar in Sachen Sicherheit, zum Beispiel bei E-Mail Anhängen, dass euch dieser Anhang doch eine sehr, sehr gute Orientierung liefert. Wie? Das zeige ich euch gleich. Vor allem noch schauen wir auf unserer Homepage und zwar auf bildnerverlag.de. Da seid ihr sowieso immer sicher unterwegs, vor allem mit unseren aktuellen Büchern zu Windows 11. Das gibt es zum einen für Senioren, also ideal, um ganz frisch mit Windows 11 zu starten oder die mehr aus dem Betriebssystem rausholen wollen. Unser Buch Windows 11 vom Einsteiger zum Profi. Und für beide Bücher könnt ihr euch direkt bei uns auf der Homepage drei Gratiskapitel herunterladen, damit ihr schon mal seht, okay, was ist denn in unseren Büchern eigentlich alles drin. Gewirren könnt ihr auch, Kommentar schreiben, am besten gleich unter dieses Video. Jede Woche losen wir da aus. Also haut in die Tasten und schickt uns eure Kommentare. Vielleicht auch eure Erfahrungen mit den Dateinamen Erweiterungen. Wie wichtig auch für eure Sicherheit diese Dateinamen Erweiterungen sind, das möchte ich euch jetzt zeigen und zwar in unserem Mail-Eingang. Und das ist eben auch für euch wichtig. Ich habe hier bei mir bei den Mails zwei frische neue E-Mails bekommen. Vertrauenswürdiger Absender, studio.atbildner.tv. Aber es soll jetzt nicht um den Absender gehen, sondern was in dieser E-Mail steckt. Wenn ich zum Beispiel hier diese E-Mail öffne, Texte für Videos, schauen wir, was da dabei ist. Dann sehe ich hier, okay, da ist eine Mail gekommen und hier ist das Entscheidende. Hier sehe ich den Anhang. Und ganz wichtig, immer bei diesen Anhängen sehe ich auch, okay, welchen Dateinamen diese Datei eigentlich hat oder welchen Dateityp. Und jetzt kommt eben unser Wissen von vorhin. Hier ist der Punkt, der trennt immer den Dateinamen von der Dateinamen Erweiterung, also vom Dateityp. Das hier ist eine .docx-Datei. Das heißt, das ist eine ganz klar eindeutige Textdatei, eine Word-Datei zum Beispiel in unserem Fall. Also diesen Anhang könnte ich herunterladen. Ganz wichtig, ihr müsst euch natürlich auch immer im Klaren sein, von wem kommt denn diese E-Mail. Aber hier ist eben die Dateinamen Erweiterung. Ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist die Datei, der Anhang überhaupt vertrauenswürdig. Also wenn der .docx steht für Word-Datei, okay, PDF-Dateien kennen wir oder bei einem Foto wäre es zum Beispiel .jpg für eine .jpg-Datei. Das ist aber nicht immer so eindeutig und deshalb ist es immer ganz wichtig, genauer hinzusehen. Bei der anderen E-Mail zum Beispiel habe ich auch wieder einen Anhang und hier wird mir das angezeigt. Einmaliges Angebot und jetzt kommt der Punkt und dieser Punkt trennt ja immer den Dateinamen vom Dateityp .jpg, ist eigentlich eine Fotodatei. Und dann geht es aber noch weiter. Nochmal ein Punkt, .docx. .docx gibt es nicht und eine Kombination aus zwei verschiedenen Dateitypen kann auch nicht sein. Also unbedingt Finger davon lassen, wenn ihr so komische Anhänge bekommt. Und generell, wenn ihr nicht wisst, was steckt hinter einem Anhang in einer E-Mail, bitte nicht öffnen, draufklicken oder herunterladen. Da könnt ihr euch wirklich schlimme Viren auf euren Computer holen oder ihr werdet ausspioniert. Also bitte unbedingt Hände davon lassen. Ganz, ganz wichtig. Übrigens, was steckt noch so alles drin in eurem Windows 11 Explorer? Welche Neuheiten sind zum Beispiel mit dem Betriebssystem 11 mit dazugekommen? All das möchte ich euch gerne zeigen und zwar in einem unserer Videos. Hier in diesem nämlich ganz genau geht es um weitere Neuheiten vom Windows Explorer unter Windows 11. Reinschauen und gut informiert sein.